Produkte gegen Haarausfall Und diese findet ihr nicht hier bei den üblichen Haarpflegeprodukten, sondern auf einer anderen Seite. Denn eine Bürste mit Naturborsten ist besonders wichtig bei Haarausfall. Denn durch das ständige Bürsten mit einer Naturborstenbürste über die Kopfhaut wird die Durchblutung angeregt und das hilft bei Haarausfall. Des Weiteren findet ihr in dieser Abteilung sehr viele gute Hilfsmittel, wie zum Beispiel diese Kapseln mit Biotin. Denn unsere Haarwurzeln werden ja durch unsere Ernährung versorgt. Auch sehr effizient ist diese Kombination. Da habt ihr noch mal fast alles drin, was ihr benötigt. Und ein absoluter Geheimtipp ist natürlich Gerstengras mit Kieselerde und Biotin. Wenn ihr wirklich was gegen euren Haarausfall tun wollt, dann hilft das super. Und ausreichend Flüssigkeit zu uns zu nehmen ist auch wichtig bei Haarausfall. Also öfters mal ein bisschen Wasser trinken.